Hallo Freunde, da sind wir wieder, FCMotoTV. Heute mit einem Thema, das als Basic-Thema eigentlich überfällig ist. Es geht heute ums richtige Bremsen. Und ihr seht den Chef dabei. Wen kann ich mir Besseres wünschen als dich, als Fahrlehrer? Danke, danke für die Blumen, ja. Ich würde sagen, bis gleich nach dem Countdown. Bei so einem Thema ist es natürlich wichtig, eine kleine Vorab-Information zu geben. Und zuallererst, der ein oder andere Stammzuschauer wird das sehen. Wir verfügen mittlerweile über zwei Mikros. Ja, funktionieren sogar. Kein weiter Reichen mehr. Die zweite Geschichte ist, dass das so ein umfangreiches Thema ist, dass wir uns entschlossen haben, da zwei Folgen draus zu machen, damit die Folge nicht zu langwierig wird. Ihr vielleicht vorher abspringt. Und die dritte Geschichte ist, dass wir ja in der Vergangenheit schon einiges zum Thema Fahrtechnik und Fahrdynamik veröffentlicht haben. Auch jetzt mit dem Steff zusammen. Denn ihr werdet feststellen, auch noch für zukünftige Themen, dass ja, und das wirst du, glaube ich, auch bestätigen, dass das ein Übergangs-, also eine große Schnittmenge ist in anderen Bereichen. Schnittmenge. Und ich würde einfach auch sagen, da kommen auch dann noch speziell Themen zu. Steff, direkt Frage ans Gewissen. Das Thema, ja, ans Gewissen, auch wenn du keins hast. Aber das Thema Bremsen ist ja ein wichtiges Thema. Würdest du vielleicht sogar sagen, bei dir als Fahrlehrer, also bei euch in der Fahrschule, nicht das wichtigste Thema? Ich würde sogar sagen, das absolut wichtigste Thema. Ich finde tatsächlich, man erkennt einen Motorradfahrer, ob der wirklich Skills hat, ob der wirklich gut ist, erkennt man tatsächlich am Bremsen. Und nicht daran, wie mutig er vielleicht in eine Kurve reinhält. Ich würde echt sagen, wer gut bremst, der kann auch echt toll fahren. Bremsen ist allerdings auch keine Sache, die man ausschließlich dann in der Fahrschule lernt. Und dann war es das auch schon. Man muss auch bei dieser Fertigkeit, glaube ich, permanent an sich arbeiten. Ja, sonst würde ich dir fast widersprechen. Also man lernt es ja tatsächlich in der Fahrschule. Und ich habe so ein bisschen festgestellt, auch bei vielen anderen, die danach auch privat freuen, die in dem rumfahren, dieses Bremsen wird wirklich in der Fahrschule explizit trainiert. Und da legen wir Riesenwert dann drauf auch. Prüfung sowieso, Gefahrenbremsung, das muss sitzen. Nachher macht man das gar nicht mehr so sehr. Es sei denn, man ist wirklich ambitioniert und sagt, hey, okay, ich gehe nachher Fahrtrainings besuchen und bilde mich da weiter. Ansonsten wird das ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Trotz der Wichtigkeit dieser Geschichte. Man müsste natürlich jetzt auch ein bisschen unterscheiden. Es gibt halt in Anführungszeichen diese normale Bremsen. Ich sage mal, du fährst zwei, drei Stunden durch die Eifel und hast dann einige Kurven, auf die du ganz normal zugeflogen kommst. Versuchst, Geschwindigkeit zu reduzieren. Aber dann ist es natürlich auch so, dass wir, und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, auch das Unfallträchtigste, das Notfallbremsen, also das Bremsen. Gefahrenbremsung, das ist das Wort. Fangen wir einfach mal mit dem etwas einfachen Bereich an. Aus deinen Augen oder aus deiner Sicht beim ganz konventionellen Bremsen, was gäbe es da zu sagen, bevor wir dann ins Eingemachte gehen? Ja, es heißt immer so schön, es ist mit beiden Bremsen zu bremsen. Auch da könnte man vielleicht den Hinweis geben, ja, es gibt ein paar Kniffe, Tricks, wo tatsächlich eher dann die Hinterradbremse sogar von Vorteil wäre. Ich denke da so an leicht in eine Kehre reinziehen und man merkt auf einmal, hey, da fehlen mir doch ein, zwei kmh, die vielleicht noch weg sein könnten. Da ist es super, wenn die hinten so leicht mitschleift. Das Motorrad wird ein bisschen was gestreckt, mehr Stabilität entsteht. Also da würde ich eher die Vorderradbremse dann ein bisschen weglassen. Beim Abbiegen bergab rechts bringe ich meinen Schülern immer bei, nutze da ein bisschen die Hinterradbremse. Und ansonsten, ja, hey, wir wissen eigentlich, dynamische Achselastverlagerung, das Bike geht nach vorne. Und da macht es natürlich Sinn, auch vorne eher zu bremsen. Wohlgemerkt immer im gerade Auslauf ist das natürlich primär der Fall, ja. Die Gewichtstücken bei der Bremse, ich meine, das sind so die theoretischen Dinge, die man auch überall liest. So 80 Prozent vorne, 20 Prozent hinten. Würdest du schon bestätigen? Es sei denn, du sitzt auf einem Dragster oder Extremshopper mit Radstand und viel Gewicht hinten, sonst würde ich das genauso unterschreiben, ja. Würdest du einen Unterschied feststellen zwischen Zwei-Personen-Fahrt, also Bremsen mit zwei Personen auf dem Moped und der Solo-Fahrt? Ja, wirklich eklatanter Unterschied und super wichtig. Auch da könnten wir vielleicht mal was zu machen, dass man auch den Sozius oder der Sozia im Prinzip anleitet, wie sie sich dann auch zu verhalten hat. Weil dann kommt ja wieder das Thema dieser Nick-Bewegung deutlich mit rein und müsste man auf jeden Fall anleiten, der da hinten drauf sitzt. Aus deiner Sicht, ich meine, das Thema wollen wir auch jetzt nicht so vertiefen, weil ich glaube, das, was viele Leute wissen möchten, ist auf jeden Fall die Reaktion und die Fertigkeiten. Du hast eben davon gesprochen, den Skills bei einer Gefahrenbremsung. Das ist, glaube ich, das richtige Wort, was du natürlich tagtäglich halt hast. Aber so zusammenfassend, gäbe es noch was beim normalen Bremsen, was dir jetzt auf dem Herzen liegt? Oder sagst du, da kann man Haken dran machen? Nö, lass uns doch mal einen Haken dran machen. Ich glaube, wir werden da auch einige Sequenzen noch zu einspielen und ich glaube, da kriegt man ganz gut was mit. Dann geht es jetzt ans Eingemachte, nämlich die Gefahrenbremsung. Das hört sich jetzt relativ traurig an, was jetzt zum Thema gemacht wird, aber wenn wir das Thema Bremsen, richtig Bremsen ansprechen, dann wirst du auch aus eigener Erfahrung einiges berichten können, auch aus deiner Ausbildung her. Bremsen heißt ja nicht nur, dass man vor einem plötzlich auftauchenden Hindernis das Fahrzeug zum Stillstand bringt. Bremsen heißt ja auch, Geschwindigkeit so stark zu reduzieren, um ein vermeintliches Hindernis auch stressfrei und gefahrlos zu umfahren. Leg einfach mal los, was bei dir über das Bremsen, über das richtige Bremsen in Gefahrensituationen gemacht wird, beziehungsweise auch mal von Leuten nicht gemacht wird. Mit welchen Konsequenzen? Ja, genau. Es ist tatsächlich oft ein trauriges Thema, was dann, also da gibt es Fallbeispiele einfach auch zu, die haben wir jetzt, ist das auch schon wieder etliche Jahre her. Da war auch damals dann noch mehr die Thematik, gibt es ein Bike mit ABS oder gibt es ein Bike ohne ABS? ABS, glaube ich heute fast schon, Usus, dass wir fast alles, was neu kommt, eben mit ABS dann drin haben. Es bleibt aber immer das Gleiche. Ich glaube, wir Menschen sind da wieder im Fokus und wir sind einfach da leider nicht so gut drin, mit so Stresssituationen nachher umzugehen und adäquat darauf zu reagieren. Problem ist immer dieser Schreck, dieses Erschrecken, was erfolgt, weil irgendwas davor zieht, da doch irgendwo ein Reh auf einmal rausläuft. Da sind wir nicht so viel gemacht und wir überreagieren eben meistens. Und wir hatten damals dann bei uns in diesen Fahrlehrerfachschulen, da wurden dann so Fallbeispiele gezeigt und tatsächlich etwas traurig, weil der O-Ton war eigentlich immer, wenn man das ausgerechnet hat mit Faustformeln und wie auch immer, was Anhaltewege, Bremswege angeht, hätte diese Person richtig gebremst, wäre sie locker zum Stehen gekommen. Auch, und das ist das Wichtige, ohne ABS. Aber was war der Fall? Der Riesenschreck kam, bam, man pitcht einfach nur rein, überbremst, die Karre klappt vorne ein und diese Personen sind tatsächlich auch verstorben. Die sind dann irgendwo, leider Gottes, in das Hindernis reingerutscht. Hätten aber mit richtiger Bremserei, wären sie davor zum Stehen gekommen. Also genau, erstaunlich. Und da sehen wir wieder, da sind wir dann schon so ein bisschen auch dabei, da rettet ABS wirklich Leben auch. Ja, klar. Wobei die Physik zwischen ABS-Fahrzeugen und nicht ABS-Fahrzeugen ist ja im Grunde genommen die gleiche, aber das ABS verhindert einfach, dass diese Schreckreaktion, die auch beim ABS genauso stattfindet wie beim normalen Fahrzeug, nicht diese riesen Konsequenzen hat mit blockierendem Vorderrad. Wobei wir jetzt auch nicht so sehr aufs Thema eingehen wollen mit Kurven-ABS, normales ABS, denn die Hauptverzögerung vor Hindernissen ist ja in der Regel die Bremsung beim normalen Geradeausweg. Und was mir damals beigebracht worden ist, da sage ich gleich mal ein paar Worte zu, dass ich auch mal auf einem ABS-Bremslehrgang war. Und dann ist es natürlich so, dass man auch so seine Hemmungen ablegen muss. Und gerade das ABS-Thema ist halt wirklich ultra interessant, würde theoretisch auch wieder eine eigene Folge füllen. Aus deinen Augen der richtige Bremsvorgang, weil da gibt es ultra viele unterschiedliche Meinungen, mit zwei Fingern Bremsen, bei den modernen Bremssystemen, mit der ganzen Handbremse und auch da einfach aus deiner Erfahrung ein paar Worte dazu. Ja, es geht mit radialen Bremspumpen mittlerweile. Na klar, dass ich da sage, selbst mit einem Finger kriege ich einen relativ schönen Druck schon aufgebaut. Ich würde immer noch, vielleicht bin ich da auch ein bisschen oldschool, einfach sagen, alle Finger am Hebel sind logischerweise mehr als nur ein Finger oder zwei. Und das kann man auch ausprobieren. Ich kriege natürlich mehr Druck damit aufgebaut. Deshalb mein Tipp, klar, nehmt alle Finger da an den Hebel. Ganz klar. Also ich persönlich habe mir angewöhnt, ich bin dann ja unterschiedliche Motorräder gefahren. Das sind dann auch Motorräder, die nicht immer auf dem letzten Stand der Dinge sind. Wenn ich ein Fahrzeug habe, das schon ein Ticken älter ist, kann es ja schon mal sein, bei absoluten Notbremsungen, dass ich, okay, jetzt nicht bis zum Hebel durchziehe oder bis zum Griffgummi durchziehe, aber schon sehr stark dran ziehen muss. Und wenn dann meine zwei Finger, die ich nicht brauche, um den Griff liegen, sind sie gequetscht bei einer Notbremsung halt. Wenn ihr euren Hebel bis zum Griff ziehen könnt, bitte Werkstatt. Nein, definitiv das überprüfen lassen. Aber bis fast an die Finger komme ich schon, wenn es wirklich mit viel Druck aufgebaut wird. Und deshalb, das zeigt ja auch, es gibt welche, die machen so ein Kram oder haben dann eben diese zwei Finger noch hier drin. Und nachher quetscht man sich. Kontraproduktiv. Totaler Quatsch. Weiterhin bei der Notbremsung ist, glaube ich, nicht uninteressant, wie die Körperspannung auf dem Fahrzeug ist. Auch da gibt es ein paar Dinge, über die wir uns ja im Vorgespräch schon unterhalten haben. Auch mit deinen Worten, die perfekte Position bei einer Notbremsung? Ja, seid stabil, aber dennoch versucht, locker zu sein. Das ist auch ein bisschen konträr. Das ist gar nicht so einfach, eine gewisse Körperspannung zu halten, aber nicht total zu verkrampfen. Es gibt da so diesen einen Tipp, gibt so einen Spruch auch, man soll nicht mit den Zähnen bremsen. Was ist damit gemeint? Es ist ganz einfach, man soll eben nicht verkrampfen und manche machen so, dann dabei diese Bremsung. Genau, mit der Brechstange dann. Also seid locker, aber eben klar, lasst euch nicht wie ein nasser Sack dann nach vorne plumpsen. Das hat einen total negativen Effekt, dass dann diese dynamische Achselastverlagung nochmals verstärkt wird. Und da könnte natürlich dann auch wiederum ein Hinterrad steigen. Da kam mal ein Kollege zu mir und sagte, hey, wie kann das sein? Das Motorrad hat ABS, da sind wir leider wieder bei dem Thema. Wie kann das sein, dass das hinten hochgeht? Vorsicht, wirklich nur hochwertige Bikes haben dann eben ein Sechsachsen-Gyroskop und alles mit drin. Die haben eine Abhebererkennung drin. Nur ABS schützt mich nicht von einem Überschlag eventuell. Auch da, das ist jetzt so ein kleiner Side-Step zu einem Thema Blickführung, was wir auch schon hatten. Würdest du immer nur diese 10, 15, 20 Meter vor dem Fahrzeug beobachten wollen, keinen weiten Blick stattfinden lassen, würdest du ja auch viel später erst das Abheben des Hinterrades registrieren, zum Beispiel. Und wie gesagt, Abhebeerkennung hat nicht jedes Fahrzeug schon ein wichtiger Punkt. Ich bin froh, dass du den auch angesprochen hast. Wenn du noch Asphalt sieht spätestens, dann macht er bitte ein bisschen die Finger wieder vorne auf. Und ansonsten Blickführung, du sagst, das ist auch essentiell, die Schnittmenge ist da, auch beim Bremsen. Ich fixiere auch da einen ganz weiten Punkt vorne an und lasse tatsächlich einmal so, sage ich meinen Schülern, auf Schaukelpferd spielen, dass ich wirklich merke, die taucht vorne ein und sie taucht auch wieder aus. Erst dann kümmere ich mich wirklich auch um den Stand. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Auch eine Fehlerquelle, die viele machen. Im Bremsen, also in diesem nach vorne nicken, dann schon versuchen, irgendwo einen Fuß zu setzen. Leute, dann bringt er natürlich komplett eine Instabilität in das ganze Fahrzeug rein. Das ist natürlich mit Risiko verbunden. Des Weiteren, glaube ich, ist nicht zu viel verraten. Wenn du sagst, stabile, aber relativ entspannt, also keine Brecheisenfunktion, dennoch, dass dann der Körper stabilisiert wird durch einen guten Schenkeldruck. Das verhindert ja auch ein nach vorne rutschen, denn du sagst, du sprachst eben von Lastverteilung, um das zu verhindern. Was ich auch, ich habe da... Ja, klar, ja, klar. Ein bisschen Liegestütz schon mal machen, schadet auch nicht. Aber genau, sich einfach nicht wie so ein Sack dann nach vorne fallen. Dann würden wir euch im Übrigen auch mal unser Video verlinken, wo es um die Fitness des Motorradfahrers geht. Da dürft ihr gespannt sein. Hast du das gesehen? Sehr gut, ich schaue mir das mindestens einmal die Woche an. Aber auch, weil der Protagonist da so ein attraktiver Kerl ist, ne? Steff, wir lassen es einfach bis hierhin mal so, wie es ist. Ich freue mich natürlich jetzt auch auf die zweite Folge, denn das Thema bietet ja... Theoretisch könnte man auch eine dritte Folge machen. Wir haben eben schon diskutiert ohne Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann hoffe ich auch, dass ihr das entsprechend rege kommentiert. Das wäre dann mein Fall. Dein Spruch? Ja, ihr lasst natürlich immer genau die Kommentare da. Und Likes wären uns auch sehr, sehr lieb. Und ja, abonniert den Kanal. Wie gesagt, von meiner Seite noch der Hinweis auf die Folge 2, was das Thema richtig bremsen angeht. Ich würde sagen, von unserer Seite aus wie immer, tschüss und... Adios! Grinst du mich so blöd an? Position der Arme bei Maximalverzögerungen. Ey, es funktioniert nicht, Leute. Ihr könnt die Physik nicht wegrechnen. Also wenn ich mit 100 auf eine Kopfsteinflasterpassage zu rausche, oder du bist... lebensmüd. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020